Unser Transistor hat also, wenn er denn richtig funktioniert, im Wesentlichen zwei Aufgaben und zwar soll der aus einer kleinen Spannung, die ich beispielsweise über den GPIO-Pin eines Raspberry liefern kann, eine große Spannung erzeugen in Anführungszeichen, weil nicht ganz klar ist, was an dieser Stelle überhaupt erzeugen heißen soll und wie ich überhaupt eine Spannung erzeuge. Zweite Aufgabe ist aus einem kleinen Strom, den ich beispielsweise aus dem GPIO-Pin eines Raspberry ziehen kann, einen großen Strom zu erzeugen. Auch hier erzeugen in Anführungszeichen, weil noch nicht ganz klar ist, wie ein Strom erzeugt werden soll. Das sind die zwei wesentlichen Aufgaben, die unser Transistor übernehmen soll. Konsultiert man mal Kollege Google, indem man einfach mal Transistor als Suchbegriff eintippt, bekommt man eine Vielzahl von Ergebnissen. Zum Beispiel kann man hier in den Bildern erkennen, wie so ein Bauteil dann in der Praxis aussehen kann. Hier findet man mal schematische Zeichnungen. Das hier ist das Schaltsymbol eines speziellen Transistors, nämlich des Bipolar-NPN-Transistors, um den es jetzt im Allgemeinen auch gehen soll. Und man findet direkt den entsprechenden Wikipedia-Eintrag, den man, wenn diese Videoreihe nicht reichen sollte, natürlich gerne noch dazu lesen darf. Für weitere Betrachtungen starte ich jetzt erstmal mit dem Schaltsymbol eines speziellen Transistors, eben des sogenannten NPN-Bipolar-Transistors. Im Laufe des Videos wird es erstmal nur noch um den gehen. Das heißt, ich werde jetzt in Zukunft kurz Transistor sagen. Damit ist jetzt erstmal ein NPN-Bipolar-Transistor gemeint. Warum der heißt, wie er heißt, da kommen wir dann auch noch gleich drauf. Aber was uns zunächst beim Schaltbild auffällt, ist das Ding hat drei Anschlüsse. So ist es dann auch. Die haben dann auch gewisse Bezeichnungen. Und zwar werden die abgekürzt mit B, C und E, wobei das B für Basis steht. Das C steht für Collector, also im Englischen dann mit C geschrieben, was im Deutschen so viel heißt wie Einsammler. Und das E steht für Emitter, was so viel heißt wie Aussender. Also offensichtlich wird hier irgendwas ausgesendet und irgendwas wird eingesammelt. Und es gibt dann noch so einen ominösen dritten Anschluss, der da Basis heißt. Grundsätzlich kann man sich jetzt dem Thema auf zwei Arten nähern, finde ich. Und zwar kann man die Position des Festkörperphysikers einnehmen und kann sich überlegen, mich interessiert die Physik. Also wie ist so ein Bipolar-Transistor aufgebaut? Was läuft da im Detail an inneren Prozessen ab? Wie finden da irgendwelche Elektronenbewegungen statt? Und so weiter und so fort. Das ist nicht die Position, die ich einnehmen möchte. Ich möchte eine andere Position einnehmen und zwar die eines Schaltungstechnikers, der sagt, naja, was interessieren mich im Detail die Prozesse, die da drin ablaufen? Ich will eigentlich nur wissen, was das Ding nach außen tut. Das heißt, ich werde jetzt im Laufe der Videoreihe den Transistor quasi als eine Art Blackbox betrachten, von dem ich gar nicht so genau weiß, was im Inneren eigentlich abläuft. Aber ich werde von außen gewisse Eigenschaften dieses Transistors messen können, die mir dann als Schaltungstechniker reichen sollen. Wenn man sich mit der Physik dahinter näher auseinandersetzen möchte, gibt es dafür sicherlich auch geeignete Videos. Ich werde mal gucken, dass ich ein paar in der Videobeschreibung verlinke. Selbst wenn wir jetzt die Position des Schaltungstechnikers einnehmen wollen, kommen wir glaube ich dennoch nicht ganz drum herum, wenigstens mal grob uns anzugucken, wie so ein Transistor eigentlich aufgebaut ist. Also grundsätzlich ist ein Transistor ein Halbleiterbauelement. Das heißt, es besteht aus einem Halbleiter. Ich symbolisiere das jetzt einfach mal durch so einen Block hier. Oft, nicht immer, aber meistens ist es dann Silizium. Das heißt, wir haben hier einen Siliziumwafer. Also ein Stück erstmal nicht dotiertes Silizium. Und jetzt wird hingegangen und das Silizium wie bei einer Diode auch dotiert. Und was man hier im Prinzip macht, ist, man baut zwei Dioden aneinander. Falls ihr euch noch an Dioden erinnert, ich hoffe, das ist so. Wenn nicht, guckt die entsprechenden Videos dazu. Eine Diode besteht aus einem P-dotierten Bereich und einem N-dotierten Bereich. Und das wird jetzt bei einem NPN-Transistor ähnlich gemacht. Es gibt einen gewissen Bereich, das ist dann die Basis, die wird P-dotiert. P-dotiert hieß mit Akzeptoren dotiert, also mit Atomen, die weniger Elektronen haben als das Silizium. Das ist in der Praxis meines Wissens nach häufiger mal Aluminium, was man da nimmt. Und es gibt die anderen Bereiche. Das wäre zum Beispiel hier der Kollektor und der Emitter. Die werden N-dotiert. Und eine N-Dotierung heißt, ich baue in das Silizium Atome ein, die ein Elektron zu viel haben. Das ist dann in der Praxis meines Wissens nach gerne mal Phosphor, was jetzt ein bisschen ungünstig ist, weil P hier nicht für Phosphor steht, sondern für positiv dotiert. Diese Bereiche sind jetzt auch gleichzeitig quasi meine Anschlüsse. Dieses P an dieser Stelle ist jetzt meine Basis. Das N könnte mein Kollektor sein. Und das andere N könnte mein Emitter sein. Und was man hier jetzt irgendwie suggeriert bekommt, also das ist eine Darstellung, die findet man in allen möglichen Büchern, auf allen möglichen Websites. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als sei eigentlich die Benennung von Kollektor und Emitter egal, weil das Ganze symmetrisch aufgebaut ist. Also so wie man es jetzt hier sieht, ist es ja eigentlich Schnurz, ob ich jetzt oben Emitter hinschreibe oder ob ich oben Kollektor hinschreibe. In der Praxis ist das bei Weitem nicht so symmetrisch aufgebaut. Also die ganzen Größenverhältnisse hier stimmen hinten und vorne nicht. Aber das ist so eine gängige Art, wie man sich dem Thema erstmal nähert. Kollektor und Emitter haben dann hinterher doch deutlich andere Eigenschaften. Was man hier jetzt aber vielleicht ganz gut erkennt ist, dass wir wie gesagt im Prinzip zwei Dioden aneinander geklebt haben. Wenn wir uns mal die halbe P-Zone nehmen und das obere N uns angucken, könnte man das als Schaltsymbol auch so hinmalen oder hinzeichnen, dass wir sagen, das ist hier eigentlich eine Diode. Das ist jetzt der obere P-N-Übergang und die andere Hälfte der Basis hier mit dem Emitter unten ist eigentlich auch eine Diode. Die hängt hier so dran. Wir haben so eine Art Doppeldiode gebaut, wobei wir hingegangen sind und in die Mitte einen Anschluss gesetzt haben, den wir jetzt einfach mal Basis getauft haben. Und diese Art der Darstellung ist tatsächlich auch eine, die in der Praxis genutzt wird, die allerdings viele Dinge nicht erklärt. Denn auch hier sieht es ja wieder so aus, dass sei das Ganze symmetrisch. Und die eigentlichen Eigenschaften hinterher sind eigentlich mit dieser Art der Darstellung nicht wirklich erklärbar. Aber so für den ersten Ansatz ist das hier eigentlich das, was wir gebaut haben.